still leo gab es verlust ist ja ich glaube ein verletzten keine verletzten ich glaube ich hab da irgendwas in meinem brustkorb stecken was da nicht hingehört da kommen sie dann lassen sie versorgen menschen stehen sie erst rum da sind sie ich glaube ich habe da irgendwas im brustkorb was am brustkorb gott verdammt die scheiße wenn sie verletzt sind holt sie sich feldarzt jetzt nicht jetzt nicht ich glaube ich blute ich bräuchte mal jemanden der mich behandelt ich glaube ich hab dann aua vielleicht lass doch draufkleben